Dass die Männer, die wir jagen, keine Heiligen sind. Männer wie wir haben eine höhere Aufgabe, die Hilflosen zu beschützen und für sie zu kämpfen. Bei unserer Jagd laufen wir manchmal Gefahr, uns selbst und unser Ziel aus den Augen zu verlieren. Und erst durch deinen Ausstieg konnte ich diese Wahrheit erkennen. Sie traf mich wie ein Speer ins Herz. Ich bedauere, dass ich deine Familie mit hineingezogen habe. Du verdienst ihre Liebe. Kümmer dich um Pakamile. Er ist ein guter Junge. Seine Augen sind wie deine, voller Verheißung, Entschlossenheit, Einfallsreichtum und Mut. Mach ihn stolz. Sei der Vater, der ich nie sein konnte. Es liegt jetzt an dir, Zuko, den Kampf von Alebulan zu beenden. Wenn nicht für uns, dann für die Gerechtigkeit. In ewiger Liebe.